Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mit der lieben Jessi von Melodie. Und die Jenny sitzt auch da unten. Ihr seht sie nur leider nicht. Zeig dich mal. Da ist sie. Und wir machen jetzt eine Challenge und zwar die Speed Autor Challenge. Was bedeutet Jenny schreit uns gleich Autorennamen zu. Und wir müssen versuchen so schnell wie möglich den passenden Buchtitel dazu zu finden. Und wer schneller ist, bekommt halt den Punkt. Und ja. Wir gucken mal, was das jetzt hier gibt. Warum blinkt das da jetzt? Ich weiß es nicht. Das ganze findet ihr dann. Deswegen hast du wahrscheinlich nicht geblinkt, falls ich keinen Ton hatte. Das ganze findet ihr dann auch auf den anderen Kanälen. Wir machen das so einmal Reihe um. Also schaut da auf jeden Fall auch vorbei. Und dann legen wir jetzt los. Sarah J. Maas. Drop Glass. Das kann sie ein bisschen schneller. Man sucht aber auch immer kurze Titel, weil lang, da denkt man auch so schnell rausluchen. So lange. Amy Ewing. Ey, das Juwelen. Ich könnte das hier mal ein bisschen schneller sein. Yay! Woo! Jennifer Istep. Froskos. Oh no! Franzi darf nicht gewinnen. Ich will das nicht! Ich fach mal nach. Fach mal. Froskos. Komm. Franzi war schneller. Franzi war einfach lauter. Wenn laut gleich schnell ist. Ich will konzentrieren. Janet. Wait for you. Das hat aber auch wieder lang gedauert. Jetzt sieht er es leider trotzdem verlaut. Oh nein! Ich will nicht, dass du gewinnst. Es tut mir leid. Okay, so ist es in Ordnung. So darfst du doch gewinnen. Das war schon eine schnelle Challenge für zwischendurch. Ein kleiner Snack. Genau. Wie gesagt, die anderen Runden findet ihr auf den anderen Kanälen. Also schaut doch vorbei. Und gebt dann gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wisst mir Bescheid. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Ciao. Jenny sagt auch, tschüss, du reagiert. Tschüss. Tschüss.